Was ist extrem in der Religion? Dass du von den Leuten etwas verlangst oder dass du etwas machst, was Allah nicht verlangt hat, was der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, nicht verlangt hat. Dass du etwas sagst in der Religion, was nicht von der Religion ist und du machst das dann extrem. Entweder in Übertreiben oder Untertreiben. Eine Person sagt dir, trink Alkohol, wie du willst. Und eine Person sagt, wenn du Alkohol trinkst, dann bist du kein Muslim. Beide sind hier extrem. Aber das sind nicht radikal.